Und Leute, eine weitere Runde Rock'n'League, 1 gegen 1, auf geht's! Oh, wie wir ihn outplayed haben! Ey, das tut mir leid, das muss ich jetzt nochmal, das Replay muss ich mir angucken, sorry. Das muss ich mir angucken. Ja, gut. Pass auf, wir kassieren nachher wieder 7 zu 1 oder sowas. Ich seh das doch. Los, hau rein da! Das muss ich die ganze Zeit nur herfahren. It's a prank, it's a prank. It's just the prank, it's just the prank. Da wartet der echt drauf. Geht nachher, macht er noch safe. Neul hat er, ne? Ja, gut, dafür, dass er nur rückwärts gespielt war. Jetzt geht er hoch. Ja, ich hab das eigentlich abgesehen. Zu lange noch gedreht. Ich hab den Bus, hauptsache... Nein! War der knapp oder war der knapp? Scheißegal. Go, 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 go. Ja, komm, komm, komm doch mit klar. Lass ich mich auch jedes Mal verarschen lassen. Kein boost. Kein boost. Hätte ich boost, wäre drin. Bei dir. My friend. Kommt ihr mich an? Ah, schade. Ein schön geflitscht dabei. It's a prank, it's just a prank, it's just a prank. Naja, der hätte ich auch schon beim ersten Aufprall zumindest in die Richtung leiten können. Naja, gut. Hauptsache, wir führen. Wir sind am führen. Es gibt nur einen Führer in diesem Spiel und das ist der Führende. Das war Fehler, oder? Was machst du denn da? Was mache ich denn da? Easy save, easy save. Oh, 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 oh. Ah, knappe Sache, aber haben wir gemacht. Flick und Sieg bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Viel weiter. Heute noch? Habe ich sogar getroffen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. I'm so proud of me. Ja, komm. Viel zu wenig Bus dafür. Ah, das war doof. Aber er ist drin. Gemacht, getan, gesagt, getan, getan, gesagt. Erdbeerkäse. Ja, das war da mal gesehen. Wenn man so ein bisschen versetzt, das kann echt böse enden. Kann ich drauf fluchen. Oh, lass mir ihn hingehen. Ja, komm. Er versucht's auch immer wieder, ne? Nein, was mach ich denn da? Boah, war der schlecht. Der war ja mal richtig. Der war ja mal richtig salty. Boah, Outplay. Outplay Party Deluxe. Mein Boost. Lass mich ihn wieder machen. Ach, scheiße. An die Kante. Das riskieren wir einfach. Nein. Na ja, gut. Es war klar, dass wir das kassieren, aber 4 zu 2, ey, Mann. 18 Sekunden. Das werden wir wohl nicht verkacken. Ja, guck mal, jetzt geht er bald in seine Richtung. Jetzt dauert er wieder 10 Sekunden, bis er an in meine Richtung geht. Also von daher. Gemacht, gesagt. Wie geplant, wie geplant. Und... Hier müssen wir uns mal angucken. Sorry, sorry. Hier muss ich mal angucken. Sieht gut aus. Down. Ja. Die kriegen wir noch, die kriegen wir noch. Ich bin da jetzt an ihm berührt. Ja, auch noch mal. Nein. Ach, knapp. Gewonnen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Da sind wir wieder. Zweite Runde. Um mal wieder auf die Fresse zu kriegen. Lass die ganze Zeit hin und her fahren. Lass mich mal machen. Jetzt hat er keine Lust mehr gesagt. Kannst du mich mal im Arsch lenken. Den Scheiß war alleine. Na, wir konnten ihn ausplayen, aber... ...halt nicht aufs Tor. Oh, ich mag den Sound von dem Auto so. Schade. Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Geh Gas. Nein. Ja, hätte ich es so oder so nicht geschafft. Zeitlich. Ja, mit einem Vollspeed ja permanenten Booster hin, aber... ...sollte nicht sein. ...haha, habe, 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 habe. So früh. Hat er zu früh die Boost-Karte gespielt. Das ist, glaube ich, immer noch mal Boost hier, oder was? Yeah. Ja, siehst du, das ist... Es sieht zwar wirklich schön aus, ...ne, so stylisch ein Tor zu machen, aber... ...es ist bei einem One-Versus-One, ist es riskant. Oder man muss wirklich dafür sorgen, ...dass der Ball so fliegt, ...dass da keine Gefahr besteht. ...dass ich ihn quasi frei aufs Tor schießen kann. So, wenn ich jetzt vernünftig geschossen hätte, ...wäre das kein Problem gewesen. Da wollte er mich töten, die Sau. Ich muss aufhören, mich davon verführen zu lassen. Aber er wird weiter in die Fehler machen, das glaube ich. Ja, mach doch. Ja, geh hin. Mach, mach, komm. Wie geplant. Komm, das muss ich mir angucken. Fuck this. Geil. Das kann natürlich auch passieren, wenn wir mal versuchen, ...zumachen. Dass man sich da so wunderschön... ...ne, so ein Eigentor legt. Ah, gehen wir mal lieber ins Tor. Lass mich wieder ein bisschen rumfliegen. Boah, wäre aber nicht schlecht. Diesmal war der Double-Jong nicht ganz so schlimm, ...wil der in meine Richtung ging. Nee, das wäre zu riskant gewesen, ...dann auf irgendeine Art und Weise hinzufahren, fliegen. Solche Bellen kriegst du mit nicht. Solche Bellen kriegst du mit nicht. Die so fies von der Seite kommen. Oder wenn ich da wirklich nicht mit rechne. Dann vielleicht, aber. Ja, den kriegt er noch, oder? Ja, knapp. Okay, und das war ein Tor für ihn. War zu erwarten. Aber wir haben noch 1,25, ...da müssen wir nochmal was reißen. Das können wir doch irgendwie hin. So, das hast du jetzt nach vorne mit deinen blöden Stunts immer. Fuck you, man. Das ist mir doch egal. Das war Pussy. Kein Problem. Allerdings, das war Pussy. Es geht hier doch nicht darum, wie man hier spielt, ...sondern, dass man hier gewinnt. Und wenn das nur mal Pussy war in deinen Augen, ...dann ist das eben so. Was für eine Parade. Das ist mal so geil. Wenn die mal provozieren, ne, dann provoziere ich zurück. Das ist mir egal. Auch wenn es ein Bitch-Move ist, aber ... Wir haben es dann einfach nicht anders verdient. Heieieieiei, das war knapp. 30 Sekunden muss ich noch durchhalten. Und ich will mich nicht verarschen lassen. Riskier's, riskier's. Es ist jetzt eh schon zu spät, um was zu machen. Gut. So, jetzt muss ich gleich, wenn Anna hier ... ... meint hier hin, freestylen zu müssen. Fakt ist, selbst schuld, ey. Hast du's richtig verdient? Aufgestiegen. So, Leute, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.